Guten Morgen zum Max. Wir haben eine schöne Wiese, wo wir Snowboarden mal da gefahren haben. Und ich habe gerade meine Handschuhe ausgezogen. Habe ich noch nie geschafft. Und wir haben hier diese, diese und diese und noch ein anderer Snowboarden mal. Ja, und wir haben eben diese drei roten Wurfels an den Snowboarden. Und, äh, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen benutzen. Und ja. Hallo. Hier ist euer Max. Und ich mache jetzt Deckruns. Oh. 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 Kommt doch morgen schon. Hört ihr noch mal Deckrunschen? Hä? Hallo. Da ist euer kleiner Moachi. Hallo. Und ich bin der große Max, der jetzt schon zwölf Jahre alt ist. Im Gegensatz zu dem... Nein, das ist die Schwerte. Es fehlt mir nur. Diese wunderbaren Roden, die sind hinter dem Haus drin. Und wie macht es sein Haus? Ein, ähm... Roden. Ich bin ein Kukaruku. Ein Roden. Und ich fahr hier... Er fahrt hier mit nem... Mini Bob. Arschrutscher. Er nennt's Arschrutscher. Ach, mit. Ich fahr mit nem... Sieber. Kennt ihr vielleicht? Das sind so Brocksruten mit dem 1, ähm... Also, das heißt sie für diesen Leipzig, oder? So, dass ich da... Wee! Da ist ne tote Kröte! Ehrlich? Ja, schaut euch das mal an, Leute. Das ist ne tote Kröte, hier. Seht ihr das? Mhm. Das ist ein blasses Taukel. Außenblass. Ich bin echt die Kröte. Und ich würd's sagen... Machen... Sind wir auf einer Linie ungefähr, Papa? Tada! Ja. Dann zähl ich zurück. Und dann musst du auch noch los, sagst... 3, 2, 1, los! Auf! So! Auf! Auf! Das ist ein Fertig. Das ist ein Fertig. Das ist ein Fertig. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3